Hallo, ich bin der Christian und ich spiele hier Lords and Knights als Börser auf dem PC. Ich habe hier schon mal was ausgebaut, aber nicht zu viel. Ich habe auch gerade erst angefangen, aber ich kenne es schon vom iPhone her. Ich spiele hier gerade auf dem PC. Also am Anfang würde ich starten, den Bergfried und das alles, das braucht es hier im ersten Level, um andere Burgen zu erobern. Aber am Anfang, wenn ihr am Anfang geschützt habt, 14 Tage, dann würde ich mir erst mal ein gutes Bündnis suchen. Ich bin in dem Bündnis, das ist gerade Platz 6. Und ihr könnt es ja mal sehen. Ich spiele gerade auf Deutsch 5 und das ist, der Server ist gerade neu rausgekommen. Und in der Rangliste sind wir Position 5. Boah, gestern waren wir noch 6, wir sind schon 5. Wir haben schon 18.985 Punkte. Und das ist schon recht ordentlich, wenn man mal ganz rund ist, da ist der Platz 50 mit 3.000 Punkten. Und es gibt ja richtig viele, äh, richtig viele Bündnis. Und wir haben den Punkte durchschnitt 86, das ist eigentlich ganz gut. Muss man sich mal vorstellen, wir haben 86 und der erste hat 91. Wir haben wahrscheinlich nur ganz, ganz viele Member. Aber jetzt mal zurück zum Ausbauen. Also zuerst würde ich euch raten, hier Abholzwelle das alles immer auf der gleichen Ausbaustufe zu lassen. Wir könnten maximal zwei Sachen gleichzeitig ausbauen. Und sonst steht dran, äh, jetzt hier, deine Bauliste ist voll. Du kannst sie doch vorübergehend für 3 Goldmünzen erweitern. Du hast 0 Goldmünzen. Ja, aber das kostet, Goldmünzen kosten echtes Geld und, ja, das will man ja nicht haben. Hier sind meine Einheiten. Ich habe 9 Sperrträger, am Anfang hat man 10. Und Handkarn habe ich 1. Handkarn kriegt man vom Markt. Hier kann man beim Hund das Gold Handkarn bauen. Aber, ähm, man hat 0 Handkarn am Anfang, man hat nur 10, ähm, Sperrträger. Also meine Taktik ist, ähm, immer die, äh, bei Gebäude ab Holzfäller, ähm, alle gleichmäßig auszufüllen. Also das jetzt, dann wird, ähm, dann als einziges Stufe 3, dann mache ich hier alles wie die Stufe 3. Ähm, und, ähm, ja, mein Name ist hier so Lord Crusade. Ich habe hier noch so eine Schlagschlusschrift, dann kann man mich nicht in, äh, Rangliste, wenn man normales Lauten, normalen Tasten eingeht, kann man mich dann in der Rangliste nicht finden. Und, ähm, da sind solche Zeichen, das sollen eigentlich Leerzeichen sein, das ist halt unsere Bündnisse, das habe ich kopiert und eingeführt. Dann in der Bibliothek, das ist nachher wichtig, weil dann kann man, ähm, Langboden zum Beispiel, das ist ermöglicht dann in der Wehranlage, dass man, ähm, 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 Bodenschützen freischalten kann. Und Wehranlage ist aber auch sehr wichtig, weil, wenn dann, äh, euch mal in späteren Zeiten eben angreift, dann hält die schon viele Feinde ab, wenn sie auf höchster Ausbaustufe ist. Und ich sag euch mal, alle Off- und alle Dev-Einheiten. Also Off-Einheiten sind die, mit denen man gut angreifen kann, schon mit Dev-Einheiten sind die, die man gut verteilen muss. Also, Schwerträger ist Off-Einheit, Schwertkämpfer ist auch eine Off-Einheit. Und Schütze ist auch eine Off-Einheit, dann Armbrustschütze ist eine Dev-Einheit. Und, ähm, Panzerreiter ist auch eine Dev-Einheit und Lanzenreiter sind auch eine Off-Einheit. Und, ähm, beim Burgfrieden, ähm, da kann man Kupfer und Silber eintauschen, das ist aber nicht spät, äh, erst später wichtig. Und, ähm, wenn man den ausbaut, dann, ähm, steigert man die Kapazität, ähm, wieviel du haben kannst und, ähm, den, ähm, Handelspreis. Zum Beispiel 1 Silber kostet jetzt, ähm, ähm, voll viel, ähm, und zwar 85 von Holz oder von Stein oder von Erz. Kostet 85 für 1 Silber und für 1 Kupfer 8 von Holz oder 8 von Stein oder 7 von Erz. Und wenn ihr das, ähm, im Ausbaut dann steigert es ist, also wenn ich das dann ausbauen würde, dann wäre es wahrscheinlich 1 zu 80 überall. Dann, ähm, nur mal 1 zu 75 und, ähm, wenn ihr Stufe 10 seid, das ist das Maximum, das ist dann 1 zu 50. Und, ähm, hier haben wir die Karte. Ich hab hier gerade mal 19 Punkte, aber ich hab ja auch erst, ähm, angefangen. Hier sieht man meinen Namen, hier sind zwei Zeichen Leerzeilen, dann Lord Crusoe, und dann sind, äh, eigentlich, wenn der ganze Name ausgeschrieben wird, nochmal zwei Zeichen Teile. Und, ähm, am Anfang würde ich euch raten, einfach mal so eine Burg, die neben euch steht, eine freie Burg. Weil, ähm, die hat keine Ritter, aber eine Wehranlage, die kann eigentlich, ähm, äh, die kann ein paar Einheiten, was dann euch nicht angreifen. Da würde ich alle sperrt, wie da. Ähm, ich würde am Anfang einen einzigen Handkarn ausbauen und den dann immer einen mitschicken und angreifen. Silber braucht ihr dann nicht mitschicken. Erst wenn ihr 1.000 habt, dann könnt ihr eine Burg erobern. Für die 2, ähm, für die dritte Burg, die ihr erobern wollt, braucht ihr dann 2.000 und so weiter. Und dann blinkt es so, ähm, wenn man dann, ähm, schaut, dann kann man sehen, dass es, ähm, noch 13 Minuten dauert. Und, äh, das dauert dann 13 Minuten bis, ähm, bei der Burg hin, äh, bei der Burg angekommen ist. Und dann dauert es ein bisschen, bis sie gekämpft haben und dann dauert 13 Minuten, bis sie zurückkommt. Und das Gute daran ist, dass, äh, der immer Rohstoffe mitnimmt, euer, äh, Ambistum. Und das ist das Gute, weil, ähm, wenn der Rohstoffe mitnimmt, dann, ähm, habt ihr fast immer, ähm, volles, ähm, am Anfang zumindest volles, volle Lager mit dem ganzen Herzen und so. Ähm, hier kann man das so sehen, was alles ist. Und hier kann man sehen, wo es gerade so läuft mit den Gebäuden. Hier kann man verteidigen einleihen und hier kann man eben sehen, ähm, bei Truppenbewegung, ähm, 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 Herkunft von mir ist es her. Ziel, die freie Burg, die ich angegriffen habe. Und hier steht, wie viel ich mitgeschickt habe, weil ich, ähm, Speerträger und ein Handkorn. Und hier steht noch, wie lange es dauert. Ähm, Typ, also Angriff. Ich weiß gar nicht, man kann auch unterstützen, Spion senden und alles. Und hier ist mein Profil, hier kann ich auch alles ändern, was ich will, Namen ändern und so. Ja, dann gucken wir mal wieder bei Gebäude, wo ich einfach die X rücken und dann sieht man es hier schon wieder. Eins habe ich schon abgeschlossen. Das hier, das glaube ich auch schon abgeschlossen. Das, ja, ist schon abgeschlossen. Jetzt seht ihr, Ausbaustoffe 3, 2, 2, 2, 2, 2. Und jetzt, ähm, baue ich den Steinbruch aus und dann noch die Erzmibel. Dann habe ich alle, ähm, was mit Rohstoffe einbringt, habe ich dann alle auf 3 und nachher mache ich dann alle Lager auf 3. Und das war immer so abwechselnd und dann, ähm, kommt immer viel Holz und Stein und Erz und kann auch viel lagern und immer angreifen, damit man wieder was nach Hause bringt. Aber nicht zu oft hinterher angreifen, die gleiche Burg, weil, ähm, es kann sein, dass die Burg dann, ähm, noch nicht, ähm, oder keine Rohstoffe hat, weil die muss ja auch erst produzieren. Und die Burgen, die haben meistens nicht so viel, ähm, nicht so viel Ausbaustoffe und deswegen dauert es immer lange. Aber, äh, so kann man sich schon die Rohstoffe dazu verdienen. Ja, also das war's jetzt mal mit meinem ersten Gameplay von Lords and Hearts. Ciao! Ciao!